Hallo, ich möchte euch mal mitteilen, dass heute der Landwirtschaftssimulator von Shine Software, also das Originalprogramm für die Handyplattform Android bei Amazon kostenlos ist. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, jeden Tag bietet Amazon eine App kostenlos an und die einzige Bedingung ist, man muss ein Konto bei Amazon haben. Was ja auch kostenlos ist und auf dem Handy muss die Amazon App drauf sein, damit überprüft wird, dass man die Apps auch bezahlt hat oder das wird über diese App auch runtergeladen. Und heute, dem Samstag, den 5. Oktober ist der Landwirtschaftssimulator kostenlos. Wenn man also heute sich anmeldet, also ich bin hier offline, und drückt dann auf jetzt kaufen oder so irgendwas, dann hat man den Landwirtschaftssimulator kostenlos und der wird auch immer kostenlos bleiben, solange man diese App benutzt. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man ein Konto bei Amazon hat, jeden Tag auf diese Seite drauf zu gehen, nämlich jeden Tag gibt es eine neue App, die normalerweise bezahlt wird, die wird dann kostenlos angeboten. Wenn ich jetzt mal auf Google Play gehe, das ist die offizielle Plattform von Google, da kostet der Landwirtschaftssimulator zur Zeit 1 Dollar oder 1 Euro, besser gesagt. Und ich glaube, ich habe ihn zu meiner Zeit für 3 oder 5 Euro bezahlt. Also ich habe sofort, als er rauskam, mir den auch gekauft und ja, ihr seid die glücklichen, wenn ihr noch nicht habt. Ihr könnt sie bei Amazon kostenlos beziehen. Link ist unten in der Beschreibung. Allgemein würde ich euch diese App empfehlen. Ihr könnt euch da jeden Tag praktisch eine kostenlose App über diese Plattform holen oder auch direkt über den PC, so mache ich das immer. Ich beziehe mir jeden Tag eine kostenlose App und brauche die gar nicht zu installieren. Die ist dann in meinem Konto gespeichert und wenn ich das irgendwann mal brauche, installiere ich mir das über das Handy. So, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und wünsche euch noch einen schönen Samstag. Ciao!